natürlich ist klar und wir sind als erstes hier so die geister sind schon versteckt erstmal mit dem gerät durch habt ihr schon was schießt ihr schon ich habe kurz geschossen wir haben ein wo denn er brennt er brennt er brennt das ging jetzt sehr schnell es war halt eine ende die mitten drin saß fällt auf ich spüre kälte ich weiß noch nicht wie das ding funktioniert das gerät zeigt mir überhaupt nichts an zwei minuten zeit ist mit diesem scanner sie gar nichts ich habe ich maximum ich habe ja maxi hier der ist es die kiste raus rückst du da was für den scanner oder mir sagt ihm und i can see you das ist genau der rote ich habe dieses andere ding jetzt hoch und wir hoch gegangen ich spüre kälte ich habe mich statt den spuren so ohne mich jetzt mal doch gottes das schmeckt immer so aufgelaufen habe ich weggeschlappert und welchen gerät hast du umgehen hier oben schlägt er aus ah ja wo ist der frage hier ab dann hier 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 geht das schlägt auf der höhe auf ich habe nach oben gezielt hat er nicht reagiert doch hier oben auch hier die kugel die kugel so noch eine minute für den letzten ich habe immer noch hier oben auf oben massiv 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 hier oben irgendwo hier sehr sehr starke schwingung hier auf diesen kisten oder sowas so oben hat er wie verrückt ausgeschlagen gerade aber nur umräumt und nicht so hier hinten ist er bei mir höher so ja hier jetzt fliegt er was fliegt er was kann unabhängig wo sind wir hier ich habe die jungen sind so ist es mit der nacht heute ist ein problem da ist der schrank da ist der schrank oder die vor oder die vor oder was auch immer das ist quendalyn meck das wogel das wogel das wogel der loris er trägt achtung nicht sterben und verfolgt von david das war einfach weil sie in einer von uns der red du bist folge geliebert na flo was hat wie war der erste eindruck Du müsst ja Geister sein, oder? Theoretisch. Kann sein. Muss nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht? Oh, die Disco-Kugeln. Ne. Doch, wir sehen. Ich bin Geist. Ah, stimmt. Geist. Ich hab hier, äh, ähm ... Oh, Jägerstoßen klingt gut. Jägerstoßen klingt gut. LTF1 für die Klassendetails? Ah, okay. Könnte man sich eigentlich in Gegenstände reinsetzen? Ja. Ja. Aber das, was ich werden wollte, geht nicht. Ich weiß, man kann auch reden. Habt ihr alle schon eure Gegenstände? Ja. Ich bin Kartoffelsack. Das wusste ich, aber ich wollte fragen, ob du dich in den Gegenstand verwandelt hast. Alter. Ich, 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 ich. Ich, ich, ich ... Ich, 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 du hast teuer es. Sie kommen ... Oh. Niedrig ich bin fest ja mich schon jetzt habe ich denn hier gescheiß gegenstehen wo ich hinkomme ich habe heute der erfolg so hier wollte ich hin ja wenn tot doch lebst du doch ja wir haben ja gott er hat mir auch gesagt klasse ich war direkt bei mir am klo unten waren sie ja klar war wieder im klo ich muss weglaufen entschuldigung und vergessen dass ich mich ja bewegen muss sie sind im klo hier drin also einer ist im klo ist ja ekelhaft ups bei dir oben rolle ja bei einer unten ich krieg kein gegenstand zum verteidigstecken das war ja mein problem auch die abonieren und dann bremst es ab ich habe mich auch schon aufgeblick gesorgt ne bewegt ihr euch auf der stelle hier und her oder wie macht ihr das dass ihr euer ectoplasma unten behaltet ich bewege mich gerade auf der stelle hin und her das ist eine heilkugel das ist assi ne ja aber ich habe ja also auf der entfernung ist super sich hin und her zu rollen und wenn sie sich da nicht sehen super gucken wir mal noch zum zum petrick da ist einer gerade vor der tür lang gelaufen nehmen die erst noch direkt das schreien ich weiß ich muss ja nochmals wechseln aber ich komme gerade nicht dazu ich habe es abgelenkt ein bisschen können die ablenken ja ich habe ja ich kann die schubsen du kannst du gefährlich kann ich kann schubsen ich kann die auch schubsen stimmt ja wir haben das spiel so ewig gespielt 12 sek gleich kommt unsere rache ihr lieben bällchen ist immer noch hier oben ja bällchen ist noch hier oben time to shine so zurück zu geist wa wie kannst du denn zurück zu geist das steht ruhig da nicht da ne irgendwo ah doch geht warum habe ich den tisch erwischt wie kann man angreifen ich weiß nicht mehr mit der maustaste der sterbe eh gleich hab ihn au genau wo hellkugel da liegen auf dem boden geister siegen geister siegen alle zerstören zwar keine seele aufgesaugt aber sie alle aufgefuttert nice jeder hat sein eigenes outwert schön aber wenn jemand mitmachen möchte dann müsste das mal sagen ne also bod stehen auf schwierigkeit automatisch ne ok ja merkt man auch hast ja nein ohne immer ja nun Ich glaube, ich hätte mir dann mal eine andere Hose anziehen sollen. Mach ich dann vielleicht noch. Kannst du jederzeit tun. Bitte nicht auf den Desktop kotzen und danke stellen. Ich gebe mir Mühe. Ich habe wieder einen Schlaffer mit und einen Schlauchzocker. Ich bin Geist. Okay. Ah ja stimmt, Josefine ist gerade zu uns gejoint. Kim ist Geist alleine. Mit dem Bot. Ist das auch ein Bot? Josefine ist ein Bot bestimmt. Hatte kein Level daneben stehen. Oder? Nein, leichter Bot steht da. Ein leichter Bot. So. In der Prop Hand indirekt. Also ja, du musst dich verstecken, aber kannst auch die anderen angreifen. Du kannst auch in der Geisterphase schon ordentlich Schaden machen bei den Jägern. Und um 0 Uhr wechselst du dann halt von dem versteckenden Geist in den Angriffsgeist. Und dann müssen die auch mal abhauen. Hätte ich jetzt als Geist nicht unterwegs so viele Hellkuchen gekriegt, hätten die mich auch weggemacht. Du bist halt als Geist dann extrem stark. Das bist du in der Versteckrunde halt noch nicht. Ja, Mann. Oh, die ganze Schoko-Arbeit ja. So, ich geh mal nach Kunden. Ich bin im Liebestunnel. Komm zu Empfunk. Was hast du von den Geräten abgeholt? Äh, ich hab's sozusagen so nah. Komm, ich hab' irgendwelche Geräusche machen, nimmer. Ich hab' dieses Gerät für Ektoplasma. Also die Spurensuche sozusagen. Sag mal, warum kommt ihr hier nicht? Achso, wir müssen die Tür aufmachen, ne? Das wäre nicht schlecht. Ich hab' gerade gewundert, warum ich da nicht durchgucke. Kann ich jemand finden, wird schwierig. Hast du was? Ne. Das ist ja ein Riesen-Map, ne? Die ist schon recht groß, ja. Die ging grad' das Rad an. Ich hab' gerade gar nichts. Hier, ich hab' hier Ausschlag in dem Bereich. Ich sag' diesmal nicht, ich hab' Ich hab' vieler in den Arzt. Ja, der ist groß noch alt. Ich kann euch daran erinnern, ich hab' Ausschlag unten. Oh, Miki mit dem Oma. Also irgendwo hier hab' ich grad' Ausschlag gekriegt. Aber jetzt nicht mehr, der muss ganz kurz gewesen sein. Sag' du auch? Josefine hat... Ja, ja, ich hab' bei Josefine, stimmt. Sie hat was? Fangen, was ist hier? Hier in die Richtung. Ja. Ah, hier. Wo, ja? Wo? Ja, nicht. Hier hinten. Hier ist aber... Alter, was sind das für'n Tunnel? Ja, der Affe. Hier ist einer. Ich häng' fest. Komm, ich komm. Hier läuft'n Schrank rum. Läuft'n Schrank? Wo ist der Schrank? Was war'n nur'n Prop? Nee, da war's schon da dran. Josefine hat was gefunden. Also hier ist wieder Ausschlag. Liebeszonne, ist er weben, verheiratet auch. Ja. George, hängt fest. Dank. Also irgendwie... Ich hab' hier massiven Ausschlag hier in dem Bereich. Nein. Ich hab' hier auch regelmäßig geschubst. Oh, ja. Schon wieder geschubst. Ich hab' hier mal nix ausgeschlagen. Ich hab' hier massiven Ausschlag, ich kann's nicht einschätzen. Ja, ist er! Und hier? Ab Ort! Oh, bei der! Oh, wir haben alle drei. Alle vier Meilen, ja. Kim auch. Das war, glaube ich, die erste. Oh, knapp. Es fehlt dir nicht mehr viel Zeit, dass die jetzt alle auf dem Haufen fallen wollen, was mich wohnert. Kann es sein, dass du in dem Game ziemlich gut bist, das kommt drauf an, was für dich ziemlich gut ist, eigentlich nicht. Also ich würde mich jetzt nicht als ziemlich gut einschätzen. Aber wir spielen das Spiel eigentlich viel zu sehr. Ja, wir spielen ja nochmal ab und zu, meine ich. Ja, wenn es gerade mal passt. Das Einkaufzentrum. Flup. 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 Geist. So, Geist. Geist. Ihr wollt mich doch jetzt gerade verarschen. Wieso? Ach, nur so. So, verstecken wir uns. Oh, verstecken wir uns. Ja, dafür sind die ziemlich oft an dir vorbeigerannt, ja. Aber ich war zum Schluss ja jetzt auch schon tot, ne? Ich spiele einer von euch Poltergeist, ja. 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 Äh, ja. Ich stelle mich mal mit zu dir. Dann schreib ich bloß, wie ich wieder runterkomme. Nakedai, ja, hab ich auch gesehen. Ist Kim da bei uns, diesmal? Ne. Was ist denn du relevant? Ich bin euch. Ich bin ein Geschenk, ja, ja. Ähm, du weißt, Kim ist nicht in unserem Team, ne? Ich würd schon mal sagen. So, egal. Da gibt's ja bestimmt auch mehrere Geschenke als nur eins. Nein. Nur ein einziges Geschenk. Nur ein einziges. They're coming. They're coming. They're coming. They're coming. Ah, ein Jäger ist schon. Einen Jäger können wir verzehren. Dann tut es. Ein Geist auch. Was ist das denn? Was ist das für eine Waffe, Alter? Kommt ihr rein zum Verzehren? Ich komm grad nicht. Ich muss grad nicht. Aber Kim wird ja hier irgendwo rumlaufen bestimmt. Oh, das Kim, der Geist, der... Ich bin kein Geist. Ja, ja. Ich würd's grad sagen. Wisst du noch, wie man sich rausverwenden konnte wieder? Geh. 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 Hab ihn. Weiter, go. Diese Harpoonwaffe, die ist ja übelst gut, äh... Ja, damit kannst du dich hochziehen, ja. Ja, ich komm halt nicht weg, oder? Ja, ich komm halt nicht weg, oder? Hey, Patrick. Ich weiß nicht, irgendjemand hatte Woden von den Geistern, äh, von Jäger und die ganze Zeit auf mich geschossen und ist dann irgendwann gegangen. Meine Bewegung reicht nicht aus, um das Ektoplasma abzukummeln. Meiner auch nicht. Ich weiß nicht, wo die rumlaufen. Ja. Ich höre Schüssel, aber ich seh nix. Die sind hier hinten. Okay. Okay. Kim, lebst du noch? Jo. Den hat man erwischt, eigentlich. Shit, 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 shit. Ich hink fest. Ich hab den... Ich hab den... Ich hab den... Ich hab den mit dem... Dixer schlagen, heile. Das ist so böse. Wenn man solche dämlichen Bots hat, ja. Da ist das Siegen. Aber ich hab zwei... Zwei Leute aufgefressen. Lecker. Ich hab zwei mit dem Couchtisch erschlafen. Ja. Die doch... Selbst geschossen oder verwandelt geschossen? Also, dass du geschossen hast, oder? Nee, na, ich hab das... Ich hab aufgeladen und dann... Okay. Level up. Level up. Ich muss mir meine Hand rosa anziehen. Ich halte es in der langen Hose. Also, kurz raus oder schaffst du es durchzupfen? Komm mal kurz raus. Wir können auch kurz rausgehen. Wir können auch kurz rausgehen. Die hab ich noch gar nicht gesehen. Weißt du was? So, schärmt aus. Der hat schon einen nicht halt? Ja, ich hab grad auch gedacht. Hier wird ein Patrick angezeigt gerade. Mit Schadenslei. Da ist der. Wo? Hier oben die Lampe. Oder? Nee. Nö. Mein, äh... Scanner schlägt nicht aus. Einfacher. Handgeist. Also hier unten ist was... Nee, hier unten wo ist denn das? Oben kommt eher was. Jetzt geht's wieder weg. Jetzt geht's wieder weg. So oben ist ein bisschen Ausschlag. So oben ist ein bisschen Ausschlag, ja. Die Bank ist eine. Aua, du so weh. Geh weg. Der ist aus dem Fenster raus. Der ist wieder rein. Nee, der ist hier in die Bank. Da ist die Bank hier. Ist er noch da? Hier draußen? Ja, ich verfolg die Bank. Hat jemand einen Staubsauger? Äh... Ne. Auf der Wand hängt einer. Oh, das tut auch weh. Und dann? Ja. 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 Okay. Hier ist Ausschlag hier oben. Ich brauche Hilfe. Hier die Lampe. Ich flog grad ne Lampe lang. Nein, nein. Das... Ich hab die Lampe grad weggeworfen. Aber die ist so schön im Kreis geflogen. Ich spüre Kälte. Kannst du ja interagieren mit dem Zeug. Hier oben ist nix. Mein Radar ist auf Null. Aber ich hab hier Lärmpegel massiv. Hier oben im Raum. Äh, bei mir ist was. Wenn du zurückläufst, äh, rechts. In Gang. In Gang. In Gang. Irgendwo. Ich spüre die Kälte. Hier ist irgendwo was. Hier schlägt er aus. Na gewaltig. Ah, hier gibt's noch einen Raum. Der rät doch. Das ist aber Abgabe, ne? Ach gut. Ist er noch hier oben? Keiner. Ja, ich seh ihn hier draußen ist ein Geist. Nee, der Ausschlag ist. Hier draußen ist er. Leider kein Tolergeist. Gucken wo sie jetzt sind. Jawoll, Joppen. Sehr schön, machen weg. Joppen. So, wo ist immer der? Ich geh mal runter in den Keller und komm mal unten. Da ist nix. Da ist nix im Bett. Wer ist der letzte, der von euch noch lebt? Hier ist Ausschlag. Hier unten ist Ausschlag. Hm, ich hab nix. Also, äh, Geräuschdings schlägt aus. Ja, ja, ja. Aber vielleicht über uns. Ja, hier äh, über uns im Park ist irgendwo einer. Na? Wo? Ja, das ist, äh, er hat sich grad. Er hat sich grad verpieselt. Suchen grad. Ja, hier ist er. Hier Mödeimer. Jawoll. Jawoll, haben. Fehlt aber immer noch einer. Es fällt ja immer noch einer. Patrick, wo bist du? Miep. Hier draußen ist massiver Ausschlag. Das lag darin, dass hier grad irgendwas hochgegangen ist. Massiver Ausschlag? Ich weiß nicht, ob's das heißt. Das heißt was? Der muss irgendwo ein neuer Stock sein. Mutig halt auch. Nein. Nein. Aber nur. Ne. Wir kriegen gleich Besuch. Hm. Direkt bei mir. Am Start. Oh, Scheißfeuer. Er ist da weg. Hinter uns. Was? Dann überfiel. Mit einem Schuss tot. Da drehen wir es nicht weiter. Oder um? Mit einem Schuss. Der Geist, der am meisten Leben hat. Der Problem ist, die KI ist wahrscheinlich zu gut bei denen. Wir hatten ja noch zwei KI, aber wir waren ja auch dabei. Einen von euch hatte ich die Harpune reingejagt. Aber ich weiß nicht, wer das war. Mir kam gerade einer entgegen, dem habe ich noch einen Harpune reingedrückt. Aha. Drei Geister vernichtet. Und ich habe drei Assists. Ich habe mal auf dem Button Teams Mission gedrückt. Ich weiß nicht, ob er das jetzt automatisch macht. Das ist dein Bein, was da so wackelt. Und warst du unter dem Tisch? Hm. Jetzt kann ich nur gar einen Geist. Ja, einen Geist. Also zufällig sieht das jetzt nicht aus, wenn wir das selben sind. Nee, ich bin nicht. Ich alleine. Ja, die anderen beiden kommen noch, weil ich bin schon mit Flo und zwei Bots hier. Also ich bin ein Jäger auf jeden Fall. Oh, der ist witzig. Da ist das, was du sonst hast. Ich bin schon mit dem Punkt da? Nö, schade. Dann werden wir ja dieselben Teams, oder? Ich habe Angst, ne? Ich weiß nicht. Der ist in den selben Teams. Ähm, was ist das? Ähm. Ein Bild. Ja. Was ist der Komme? Was ist der Komme? Oh, was ich? Mensch Mensch? Mensch? Mensch, Mensch, Mensch. Hallo Flo. Hallo. Ich habe den Geist getroffen. Ich habe den Geist getroffen. Und? Hat er hallo gesagt? Ja. Scheiße. Zum ersten Mal, dass mich jemand in diesem Versteck sieht. Kim wusste, wo ich beim letzten Mal war. Nee, ich wusste es nicht, aber ich habe halt gesehen, dass da oben halt was zum Anschießen ist. Ich habe da jemanden gefunden, der noch getötet. Sehr schön. Jetzt wird klampiert hier. Hier ist irgendwo einer. Hier nicht, oder? Oder nicht mehr. Die Maus hat mich aufgesaugt. Mit 35 Lebenspunkten wiederbelebt, das ist ja ein Witz. Hier ist jemand. Hat jemand gewonnen? Nee, das ist jetzt auch nicht hier. Hast jemand? Zumindest ist hier wirklich sehr starker Ausschlag. Naja, sag mal so, ihr werdet ganz schön begeistert. So, kann man das sagen. So viele Möbel wieder sporen, das kann ich gar nicht hinstellen. Oh! Und das hier eigentlich. Steht leider nicht da, welcher Kibber das ist. Das wird hier auf Bilder gestoßen. Aber ich hätte eingeschafft. Habt ihr was zum Erkennen? Ne, ich nicht. Gibt hier nur zwei Geister. Plo, die Bots sind besser als wir, ne? Ja. Ich hab mich da vorgestellt. Ich wollte aus dem Raum flüchten, dann direkt in die Arme vom Amores. Ich dekoriere hier den ganzen Vorraum neu. Ist aber auf jeden Fall hier. Ist ein Ultra-Ausschlag, ne? Ein Ultra-Ausschlag? Der hat verbrannt. Schießen die auf die toten Geister? Was gibt denn nicht? Wie können die sein? Keine Ahnung. Versteckt sind sie. Versteckt sind sie. Sehr versteckt. Also... Das versteckt ist schon mega nice. Also... Okay. Love you. Ja. So, such dir schon mal Heilkugeln, damit du dich gleich wieder hochhellen kannst. Was gleich los geht. Was ist denn hier drin? Und unten oder? Ja. Ja, wenn du zu hoch fliegst. Ja, ja, ja. Alter. Ja, 35 Lebenspunkte und dann kriegst du die Froschrot rein. Ich weiß gar nicht, gibt's noch Heilkugeln. Ich weiß gar nicht, wie du siehst. Ja, ich hab ihn. ist einfach überhaupt nicht gestorben gewesen bleibt ihr nun nicht getroffen keine ahnung was weiß ich da doch stelle kugeln bei sich gehabt ist ein cheater eindeutig war nicht von dir pubg auf das ja auch die bots schließen nachts im museum 3 ich will zu dem riesen dino werden glaube das geht nicht und dann so durch durch die ganze bude rennen alles zerstören herausforderung zugewiesen klatsch klatsch irgendjemand ist gerade laufen ich ich lass laufen was was ich steh mal den camcoder mit wer ist denn bei mir der flo der max und victor schreibt ich bin von dir begeistert okay victor du siehst sehr weiblich aber okay die kimi i see you're not fine go lay down and cuddle with my draggy koko um sind wir wieder so ein punkt gemeldet muss der betrieben also ein wer will mir immer dieselben gegensätzlichen teams als vorher aus deswegen und der mischung also ja koko ich bin wirklich mir geht es wirklich nicht so gut es wird langsam gerade schon wieder schlimmer also es wird auch nicht lange dauern dass ich mich hier ausklinke aber das was halt noch ging aber das was halt noch ging so ich hab meine kamera aufgestellt was anderes hab ich gerade nicht kann man kann also so reagiere ich jetzt auf das was ihm gesagt wo es ist das rote triebwerk ist an er ruft maus ist der dino da hinten ist jetzt das gelände noch jetzt ist er freu da ist er ah ist ja schön er kann saugen keiner aber da ist das nexo objekt drunter gefallen uns hat noch nichts zu sagen oder ne das ist definitiv einer scheiß uah das tut doch weh riesenskultur uah ja vorbeikommen und ich schläge nein brauchst du dich ich bin tot auch weg was du bist tot ja ich war jetzt zwei so schnell weg ey weil der drei Leute auf die Kieße sind das scheiße ne hat sich ja gar nicht ums danke schön der bot hat alles getroffen auch ja ja ich treffe auch immer wer hat ein staubsauger jetzt hat sie uns einen noch ja ja dann der bot so ist doch noch Kim übrig ne nein nur noch der bot übrig ja der cheater hat gewonnen hat alles bei dem Raumschiff gehts höher als hier wo wir sind irgendwo hier ist einer wo hier bei uns ja ich spüre auch kälte irgendwo hier da oben auf dem Raumschiff liegt auch was drauf findest du da liegt was drauf ohja sind zwei Eulen drauf und die Kiste hier hier ist er voll ab ja man kann von vorne drauf laufen ja ok ne hier ist er nicht mehr ne hier ist er nicht mehr guck mal weiter oben ja der ausschlag also unten ist der ausschlag weg das freut mich viel behandelt mit salbe nehm ich an ne ja klar ja klar ne hier ist nur weg ich höre die Kälte aber keine aus ja war ich sehr gut ja ja ich hab die liege gefunden ja hier fliegen wir umgerecht gegenstehen rum ja hier ist kein geist hier sind nur tote geister nur tote geister mhm erfriere rolle erfriere uuh ist mir geil uuhu uuh 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 ne war nicht ich hab halt nur die kamera bringt gar nix wenn du die nur an einem standort stellst bringt dir das gar nix wie ein kratz radio ein gruselig das wird mir doch dann geclaimt das video so lasst uns beisammen sein ich komm zu dir flo ja rechts unten dann komm ich ja nachladen uuh 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 ui uuuh uuh uah uuh uuh uuuh Da kommt noch was. Unser Teammate ist liegt am Boden. Leitern von der Lampe. Ich seh nix, scheiße. Ich bin gleich tot. Hammer. Ich hab nen Defi. Wuppel dich. Kann ich machen, dann kann ich helfen. Steht. So, wo ist der letzte? Sind noch zwei im Leben, gell? Das ist noch zwei. Boah, Alter. Da hinten ist einer. Sanitarium-Obergeschoss. Komm zu mir. Hallo. Ja, das kann ich grad fair werden. Oh, das Schwein hat es aber drauf gehabt, Patrick. Da hat mich das Schwein weggemacht. Patrick, du Schwein. Geisterangriff, 100 Lebenspunkte. Was? Patrick, war nur mal ein Schwein. Oh, endlich. Ich seh wieder was. Ich seh wieder was. Alter, er hat jetzt zwei, äh, drei Jäger auf einmal ausgeschalten, ne? Mhm. Ich sah einen Schwein da. Ich sah einen Schwein da. Mach ich fertig, Patrick. Ich sah einen Schwein da. Ach, wie ist der? Der probiert eigentlich scheinbar nur noch zu überleben, ne? Ja, hinter ihm. Nur da kommt ein Bär. Mach den Bär und fertig. Patrick ist aber auch manchmal so ein kleiner Pum Bär, ne? Pack deine Sense weg, das macht man nicht. Der Sense, der Sense, der Sense ist da. Ah, da hab ich die Geister gemacht. Ich hab immer überlebt durch Rumpacken. Was gab's denn der Chris? Fünf Jäger ausgeschaltet. Drei Geister vernichtet. Obwohl nur vier dabei waren, musst du mal anmerken. Da bin ich ja auch wieder belebt. Ja. Da muss man doch mal draufhauen. Doppelsterben ist schön, ne? Ja. Mhm. Nur sterben ist schön. Die Pippen vor Prick. Vor Prick? Vor Prick, ja. Ach, Alter. Der Junge schon? Mein Rücken ist klitschnass. Hm. Echt? Wie vorhin meine Hose. Was denn du? Daher? Ah nein. Was macht das? Na ja, äh, dass seine Hose nass war, ist meine Schuld. Und das ist wie falsch. Kim hat mich angepinkelt. Nein. Ich habe ein Getränk geöffnet und habe dabei die Hälfte über seine Hose geschüttet. Das macht man immer so über die andere Hose nass. Ja. Ich hatte den Bubble Tea gerade zwischen den Beinen gestellt, weil ich beim Autofahren war. Und Kim nimmt erstmal den Strom und rammt den von oben rein. Das schwirbt natürlich schön raus. Das war auch kalt. Und dann war das so zwischen den Beinen und lief so ganz langsam hinten unten an der Pobacke runter. Das war so eine richtig enkelhaftes Geile. Das ist richtig lecker. Der macht den Sitz sauber. Das ist ein Ledersitz, das geht schon. Ach ja, 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 ja. Ja und dann, ähm, bei mir jetzt, dadurch, dass ich jetzt gerade so angeschlagen bin. Wie gesagt, der Alkohol, äh, der Körper anscheinend gerade mit dem Alkohol nicht klarkommt. Ähm, wobei ich jetzt gerade nur noch alkoholfrei trinke. Und doch alles andere hier gerade sehr anstrengend ist. Ähm, deswegen schwitze ich gerade so doll. Weil eigentlich finde ich es natürlich mal extremst warm hier. Ich finde es gerade ganz angenehm hier eigentlich. Aber, mein T-Shirt ist komplett nass. Mir laufen hier die Schweißperlen überall runter. Das ist gratis geil. Wenn das so toll findest? Nee, toll finde ich das nicht. Ich sage, Tabletten durch und ab ins Bett. Nee. Doch. Nee. Also ab ins Bett wahrscheinlich gleich, ja. Ich, ich mach mir noch die... Hat sie ja vorhin sowieso gesagt, dass du gar nicht, eigentlich. Äh. They're coming. They're coming. Töt sie Flo, töt sie. Töt sie alle. Hahaha. Das klang sowas von pervers gerade eben. Ich weiß jetzt eigentlich mit wem. Kim sehe ich bei mir. Ted sehe ich bei mir. Hab jemanden. Sie ist unsichtbar. Stand um. Muss nach Land. Oha, 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 tut doch weh. Aufgesaugt. Direkt aufgesaugt. Mh. 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 Schmack aufatzen. Mh. Du sollst aufsaugen mich aufessen. So. Guter Geist. Ein Geist einmal. Was kann man sagen? Geister morgen. Geister morgen. Geister morgen. Ja. Geister morgen. Ja. Döö. Jetzt ist der Aufschlag weg. Das ist so schön. Jetzt ist der Aufschlag weg. Das ging aber so. Mh. Ne, jetzt ist der Aufschlag weg. Das ging aber so. Mh. Ne, jetzt ist der Aufschlag weg. Also bitte. Nein. Es sind keine Stabilinzis. Hey. Hehehehe. Patrick, ich probiere zu unterstützen, aber ich krieg grad den Leiter nix vor die Linse. Ich krieg's grad nicht. Das hier? Mal das hier. Naja. Warte gleich, ich muss kurz äh, abwarten. Komm her, Flo. Mh. Danke. Bitte. Achso, du bist da noch drin. Okay. Ich hab einen gefunden. Äh. Warte. Niemals hast du jemanden gefunden. Meine Höhe geht so auch nicht, oder? Ja. Ich hab keinen Slot mehr. Ich hab grad keinen Slot mehr. Wir müssen erstmal warten, dass die ein paar aktivieren. So lange halte ich mich für bedeckt. Und dreh hier meine Runden gemütlich. Da wurde der Aramaos gerade gequetscht. Au. Ach, ich hab keinen Fall. Halt. Ich hab da noch mal. Oh, Treppe. Was? Treppe. Ich hab mal Haße, danke mal. Du rennst ja in den Raum, wo alles von Link gelebt ist, also bitte, was drauf wartest du? Hier, ich hab noch was für dich, kommt gleich. Nee, kannst weiter nicht, scheiß. Ja, du hast mir aber drei weggenommen, die muss ich erst wieder aktivieren und... Da hat's einen Edmund erwischt. Patrick Lau! Boah, die haben aber jetzt die Rigoros alles kaputt gemacht, hä? Das macht man aber nicht. Alles gut bei dir, Patrick? Das ist eine Waffe, ey. Über dir ist eine Heikugel. Das ist doch wieder so eine Mega-Waffe. Ich find ja nimmer einen hier. Hm, gut. Patrick, kann dich wieder aufhören, das ist schön. Echt jetzt? Riechen, gar nicht da bloß. 30 Sekunden, ihr Lieben, dann geht's los. Dann wird... Gemorchelt! Wie das noch nie zu meucheln war? 20. Krieg ich dir noch irgendwas zum Fliegen lassen? Da. Ja. Tja, irgendwann ist vorbei. Ja! Das ist aber unendlich Munition, hä? Unendlich Munition, oder was? Nee, du musst nur wieder nachhören. Nee, du musst nur wieder nachhören. 60 Schuss und dann direkt nachhören. Aber musst du gehen? Die Dinger machen kaum schon. Also, ich hab gestellte Jahre, wenn ich knapp vier, fünf Fallegugeln aufgenommen. Die machen ordentlich Schall. Aua, das tut doch weh. Sollte auch. Nee, pro Kugel zwei oder drei Schadenspunkte. 360 Kugeln, schnell Feuer halt. Äh, ja. Ich brauch ganz, ganz dolles Auerchen. Du brauchst ganz dolles Auerchen? Ja. Geht nämlich nur viel. Kannst du den jetzt mal verzehren? Nee, kann ich nicht heilen gerade. Kommt der nächste Geist. Vorsicht. Ich hab auf alle Fälle einen Feuer getroffen. Ich musste immer in die Gegenstände gehen und dann mit aufladen. Das sind die Witzschaden. Nein, Aua. Aua. Boah, Alter. Sehr gut. Wuhu, ich bin hier hinten. Hallo, hallo, hallo. Also, eigentlich müsste meiner auch ringen. Ich hab eigentlich auch eingestellt, dass meiner winkt. So, Kim, das heißt für dich jetzt Endern? Oder weiß. Nein, ich wollte auch da hin. Kommt eigentlich wieder hin. Oh, danke. Ah! Hast du schon einen Ausschlag? Hast du schon jemanden was? Ja, ja. Ja, nicht du. Ich hatte einen Üben-Ausschlag, definitiv. Ah! Gingen da wieder Gegenstände rum. Ja, das Spiel ist abgestürzt, geil. Was? Ja. Ja, klar. Maus lässt mich wieder mit den anderen ein. Okay, hier Flugzeug. Flugzeug? Wo? Jetzt gecrashed gerade das Spiel. Hier ist ein Fernseher. Wir sind jetzt noch ein paar Hände. Wie ist es. Wie ist es? Das Spiel funktioniert, und ich habe das Spiel. Wie ist es? Wie ist es? Wie ist es? Wie ist es? Scheiße Ne, ich kann nicht mehr nachschauen Dann die nächste Runde Ne, ich kann nicht dafür, da habe ich abgestopzt Dann musst du halt neu starten in der nächste Runde wieder Hab ich ja gemacht Ja, nächste Runde, wenn die Runde vorbei ist, kannst du rechauen Au Auslag Was ist da los? Ne, ich muss kurz noch rum Ne, ich muss kurz so was hinlegen Ne, die Kugeln sind alle Ach, was ist denn da passiert? Ich habe das auch nicht Er hat was, äh, äh, hinterlassen Weiß ehrlich, ich muss das hintergehen auch nicht Hä, rum In der Raumfahrtabteilung kann man doch ruhig hin, weil, äh, so ein... Einen ablassen Ach, hier fliegt schon wieder alles rum Da schießt einer wild um sich Was macht der? Da schießt einer wild um sich Ja, aber hier ist ein totaler Ausschlag also da, ja Oh, hier Nicht ein Defi Leut, habt ihr die Defi, habt ihr das Läder? Patrick, das Schwergewicht So War immer noch mehrere Geister da Weil oben immer noch ein Ausschlag Fähigkeit ist miese, ne? Welcher? Das fliegen die erst und verterben, oder? Ja, genau Oh shit, oh shit Ah, ich warte lang Dass der Brot einfach nur da steht Das habe ich gar nicht mehr gesehen, da stand einfach nur da, hat sich nicht bewegt Ach, Mann, äh Aufsaugen, Leute Kriegste aufsaugen, komm Die Bots machen, also die eigenen Bots, wenn die, wenn die Geister sind, machen die gar nicht Leute nicht weglaufen Ja, verstecken sich, die verstecken sich und das war's Leute, rennt doch nicht weg War's Boah Ich hab dich voll weg gehauen auf volle Karne Als nächster mich das ist gut auf dass sich nicht von hessisch nur geist jagen in seinem stopp beim hat er kein lebensprobleme nur ein punkt oder sowas die hälfte wo muss er da ist auch noch hm ich habe einen pc im Moment oder dir, das ist ganz komisch warum rennt der die ganze zeit mit dem defi rum Das ist wie Dennis bei DBD, immer kurz warten und weiter noch. Ja, das war klar. Jawohl. Komm, Oscar, los. Ich brauche Hilfe! Ich finde das geil, weil das ist beim Brennstuhl, der die Räder mitlaufen. Und das war's. Wir haben uns die Geister platt gemacht, die Tonne holen das. So, wir haben uns gucken, ob du wieder tryn kannst, oder so muss man es mal einen Top-Menü kennen. Ich hab's frei gewählt. Ich wollte mal die Knarche ausprobieren. Ich kann nämlich jetzt tatsächlich schneller nachladen. Wie kannst du schneller nachladen? Ähm, bei den Perks. Habe ich statt schneller hin schneller nachladen genommen. So, ich habe ein Radar. Und dann habe ich raus, ich hab's. Hier ist Ausschlag. Langsam etwas. Das ist für mich. Wahrscheinlich nachfauen. Hier wird stärker, hier wird stärker, hier wird stärker, hier wird stärker. Auf der anderen Seite wahrscheinlich. Ich bin jetzt noch mit. Hallo? Hallo? Ja, und vielleicht, wir spielen jetzt noch mit. Ja, wir sind noch zu viel. Warte hin. Ja. Ich glaube, bei dir ist auch mal aus im Team. Ja, gut. Und ich wär froh, dass du mir ja keinen Schaden machen kannst. So wie du mir das Zeug einschlägt. So, ich geh mal in die Sporthalle. Soll ich dir? Auffällig. Hier, 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 hier fliegt was, hier fliegt was, hier fliegt was. Hier. Die Waffe, wenn ihr jetzt auch noch beide habt, ne? Ne, ich hab nicht die Waffe, er hat eher diesen Nagelwerfer. Wo soll er hin? Da, der Stuhl. Das ist immer halt nicht schlecht. Ich kann mal später rein, aber in. Noch einer? Ui, ist da noch ein Trumbling. Glaubst du gerade, das ist keiner, ne? Ne, ich hab aber Auftrag, dass er noch hingeht. Achso. Eigentlich müsste er noch machen. Die Bots machen keinerlei Anstalten, um mich hier zu reden, ne? Ich bin auf dem Weg, aber ich vers- Hier, äh, wo Geister gerettet werden. Ich hol' gerade Nachschub um, äh, Radar mit Doppelaufsicht, was ich nicht schätzen. Ne, ich komm. Er ist gesagte? Da ist er. Ja. Vermiet. Geh nicht mit. Eine Hosen-Tasche. So, alle aufgesaugt? Alle aufgesaugt? Äh, nur einer. Nur einen. Ist der andere wiederbelebt worden? Komm. Ja, einer ist wiederbelebt. Ich geh mal mit Radar los. Also, wir haben in die Richtung noch ein bisschen Ausschlag, das ist richtig. Hier oben wahrscheinlich. Vorne, Sport, Alter. Ah, der wird angegriffen. Hm? Da, flüchte ins Fenster. Bist die Pflanze. Mitkommen. Danke. So. Ähm, Erste-Hilfe-Kasten wäre hier. Doch zweimal. Brauchen wir vielleicht nachher. Also, ich hab hier ein bisschen Ausschlag. Mehr in diesen. Hier wird kalt. Aber ich wollte mal sagen, über uns. Ja, ja, hier oben, hier oben, hier oben, hier oben. Hier ist stark Ausschlag. Hier ist stark Ausschlag. Hier der Stuhl. Aber ein Abgeordneter. Er haut ab. Recht. Er hat mich nicht gefunden. Er hat oben. Na? Ja, ja, mach schön. So, wo ist die Setzung? Ja. Ah, du hast ein Schaubsauger mit? Ja, ich hab hier ein Schaubsauger mit. Okay. Dafür hab ich kein Radar, deswegen voll. Hier links irgendwo. In den Klos. In den Klos nicht. Nee. wir sollten dann beisammen bleiben es geht gleich los ich weiß nicht wo bist du ich bin bei dir das ist unsere kamera sporthalle gehen wir mal hin die kommt da oben da ist ein geist da kommen die beiden geist runter in zwei jahre der trick ist die disco kugel drei geister ich hatte auch erwischt Beatrice hat mich fertig gemacht ja einer hat gewählt Victor du bist der letzte Victor ich hab's was Victor hat erstmal sich gehalten er hat ein Victor mit sieht man das irgendwie oh shit die kamer natürlich direkt da wo unsere leichen sind eh schon gegessen wir sehen die disco kugel eigentlich weh schon du hast mich nicht erwischt der hatte ich auf dem Tisch stand gibts ja gar net man ich hab extra lang gedrückt damit ich hochbiege ja du ich bin immer wieder gut weggekommen Victor halt durch halt durch halt durch das wars von zwei gleichzeitig geschlagen ja ja gegen drei geister ist dann schwierig bei einem so nochmal gut gemacht ich durfte leben das war ganz knapp ey ja das war wirklich knapp an an dem der und der ist das den der mal gucken wie die runde läuft so viel potz ist immer schwierig nein ihr seht mich nicht du bist ja doch noch geist geworden ist Patrick der einzige killer mit folgen die jemand oder machen die einfach noch nix ich weiß nicht guck mal da Oskar steht da ist Buzzy ich habe jetzt aber noch keinen killer gesehen ach doch da kommt jemand ja da bin ich so von drei stück verfolgt worden ja da sind sie aktiv kommen denn die hier hoch was für fähigkeiten hast du mit? äh ich kann mich umstauen kannst du machen ja da ist Okay. Was ist das für einer? Ist nicht so geil, dass die sich wiederbelebt haben. Was machen die Bots? Nichts. War gut, oder? Was? Was? Jesus. Mein, 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 mein. Die haben sich ja schon wiederbelebt. Das ist zweimal selber an der Luft, Jörg. Ah, lol. Sehr gut. Machst du? Die wurde wiederbelebt, ne? Ne, ne, äh, ausgehalten. Verstärkt. Ah. Aua. Ey, guck auf der anderen Seite. Neen. Ich hab's gesagt, die Bots töten sich selber. Das ist halt ne, was oder so. Ich hab's gesagt, die Bots töten sich selber. Das ist halt ne, was oder so. Verstärkung. Ich hab's gesagt, sie sind noch einmal. Das sagen, sie sind etwas von nichts. Jörg, ich bin immer selber mit. Vommer mich. Jörg! Da, deswegen Satz. Machst du? Ich versuch' ne. Ok. Und das war's. Sehr schön. Die Bots haben dir nicht wirklich geholfen oder was? Die waren null bei mir. Null. Die haben gar nichts auch gemacht. Ich hab da gar keinen gefunden. Überall. Die haben sich dreimal selber getötet. Ja, das haben sie gemacht. Ja gut, die haben vielleicht ein paar Gegenstände abgeklickt ständig. Weil sie günstig standen. Ist jetzt ja wie gesagt die Frage, ob wir so weiterspielen wollen. So warte, ich schiebe euch nochmal rüber. Wir können nicht mehr getauscht sein. Wir sind schon in der Runde. Ja, die Runde hat gerade begonnen. Naja, suchen wir ihn halt mal. Äh, ich hab keinen Radar. Ich muss. Ich hab einen Stoppsorg dafür. Also dieser Einstellungsmodus hat... Äh, Kobi fehlen dabei hier. Und Kim ist schlafen. Weil sie nicht gut geht. Amaros ist schon offline, weil er kein Bock mehr hat. Und Dennis ist heute auf dem Lauf. Was? Was? ich will ja nur umgeballert die ganze zeit wir brauchen einen radar du musst, du brauchst mal einen radar ja, ne ich hab noch den stop-sagger dran ja jetzt brauch ich den stop-sagger aufsaugen ist nicht neid, leute und strubi, reni sind auch noch nicht da, das ist richtig ey, du bist verletzt worden hier oben in den, wie seid ihr denn, ich seh euch gar nicht hier irgendwo, ich glaub der vor dem, ne ne, da war hier einer aber der ist hier irgendwo da drüben ist einer hier ist überhaupt niemand hörst ich häng fest, warte, 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 jetzt bin ich genau groß moment scheiße musst du mir hier ich war damals schon bei einem anderen spiel da drunter das hat super geklappt, da war ich mit dallas in dem raum also ich hab fliegen lassen, er hat von der wo dort oben und hat super geklappt der hof ist eine lampe, die sich umbewegt cheater schön sauber machen ja 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 da müssen wir nochmal gucken wenn ich das jedes Mal manuell schieben muss, ist das ja echt nicht mach mal das automatisch ausgleichen aus probieren wir es nochmal so wir müssen einfach nur joinen und dann kann ich euch verschieben ich darf nur nicht nochmal auf den button drücken alle mischen mhm ich bin jetzt bei den geistern so ich wechsle tausche mal zu franzisco und patrick er tauscht mit na aber jetzt sind wir alle geister mhm so ja ich auch poltergeil ja ja auch ich sag das wenn du am anfang gleich hier alles schweben lässt und dann kriegen dir gleich am anfang eins ins gesicht mhm wieviel verderber haben wir denn? wir haben einen verderber jetzt dabei ja ok und drei schweber dann würde ich mal nochmal um einen verderber gehen direkt neben dem spawn sind vier paletten äh wo ist denn der verderber? ja ich hab gar nicht freigeschaltet wenn man die denn jetzt eigentlich dann werfen ey das war mein Geist spawnen da ich hab fünf Sachen verdoben da da ich hab sie spawnen they're coming zack da zack da zack feieei tut doch weh lauf naja wenn ich sterbe kann ich die Heilguten platzieren lassen wenigstens der ist natürlich also nicht so wer muss geheilt werden? äh Patrick musst du mal da kriegst du ja gerade, kriegst du den anderen wie du überlebt? den kannst du nicht heilen ne? hinter mir oh, Hilfe einer ist hinter mir noch einer ich hab dich abgelenkt, damit ich dich nicht aufsaugen kann ich bin da oben in deinem Raum mit der Rolle mhm mal gucken wo ich hinkomme mhm 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 Uuuh, seid ihr? Komm mal her. Ich höre lautes Radio. 40 Sekunden. Was sind die da? Ah, feierlich. Im Hof? Ich weiß. Du kannst ja schon gucken, wo Lebenskugeln sind, damit ihr euch gleich wieder hochheilen könnt, ne? Die Lebenskugeln werden neu platziert, sobald du alles losgeht. Also ich hatte vorhin die Möglichkeit, die einsam. Also die, wo ich gespawnt hab, die müsste eigentlich bleiben. Ja, aber ich weiß nicht, wo du eine hingelegt hast. Ja, ich steh drüber. Also wenn ich spawnen müsste, direkt einsam. 10 Sekunden. Das ist natürlich jetzt extrem unfair, weil ich, die sind genau zu mir gelaufen, wo ich gespawnt bin. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich häng hier fest. Geh drücken. Ah, jetzt. Das war schnell. Das war sehr schnell. Ja, das läuft jetzt. Die sind sehr viel durch die, durch die Dinger gerannt. Ach, da oben, die haben die alle mitgenommen. Geil. Ich hab sie da durchgelockt. Ah Gott. Ja. Sehr schön runter. Da hab ich noch roten. Ich hab noch roten. Ich hab noch roten. Das war halt gut. Ich hab noch roten. Ich hab noch roten. Und jetzt hoffen. Wir werden auch los machen. Ich hab noch roten. Nein. Ich hab noch roten. Ich hab noch roten. Was wollte er? Ich bin mal noch ein Jäger. Ah, ein Jäger. Spau und irgendwo, ich schiebe mich wieder rüber. Ich bin kein Jäger. Ne, bin nur ich der wechseln, was ist es? So, was nimmt ihr mit? Wo hast du das Radar? Ich habe einen Staubsauger und einen C4. Dann nehme ich Spektro mit, Dave, die habe ich mit. Und, äh, hi Laura. Was hast du? Hattest du nicht mal Radar? Radar hast du. Deswegen habe ich auf Spektro gewechselt. Spektrofon, das habe ich gar nicht freigeschaltet. Das ist der Typ wieder am Zocken, ey. Aber schon, wenn ich Level 9 erreicht. Level 10! Cheater! Ne, die ganze Zeit mit der rechten Hand, äh, Level 11. Mit der rechten Hand die ganze Zeit W-Spam und mit der linken, äh, wechseln. Nein, jetzt haben sie mich bei Level 12. Achso, ich schließe dich mal mit einer Hand. Na, wa? Score 18.040. Level 2. Auf geht's. So, jetzt will ich das C4 ausprobieren. Also ich habe hier am Anfang bereits schon ordentlich, äh, Spektro. In diese Richtung hier. Ich vermute fast da oben. Ich gehe telefonieren! Oh, ne, äh. Telefonieren. Kann ich die? Ja. Einfach wieder. Ich habe hier oben auch einen großen Ausschlag. Ja, 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 ja. Ja, gut. Das ist gemein, wenn die, äh, durch das Einfrieren langsamer werden. Und dann habe ich jetzt, glaube ich, diese Waffe. Oh, da war's. Das ist weg. Ja, was, hier was mehr? Hör ich mal? Ja, warte mal. Das ist nur, die so blöde Gleis, ja. Hier oben sind starke Ausschläge. Noi. Ja. Habt ihr was? Ja, da war hier. Der eine hat nicht mehr viel Leben. Hier ist auch wieder starke Ausschlag. Ey, da rennt ein zweiter. Sorry, Alter, rum. Das ist gerade ein Geist geflogen. Das habe ich gesehen. Ey, wo ist das? Das hat ja auch geil. Ihr fliegt ins Handy. Ihr müsst noch irgendwo einer sein. Ne. Halt schon. Wo ist ein Handy? Steht hier irgendwo ein Klavier? Ein Klavier hat gerade gepiepst. Fragmente auftauchen. So. Oh. Okay, schon recht. Einer noch. Wo ist denn so? Kaum Anzeige, ja. Hier, im Spielzeugladen. Also hier, irgendwo in der Nähe. Habe ich Ausschlag zumindest, in so einem gewissen. Akustischen Ausschlag. Vielleicht auch dahinter. Okay. Okay. Jetzt gerade was verwandelt. So ruhig. Nicht über uns. Ach, komm. Lecker jetzt. Ja, hier oben ist stärker. Ich habe irgendwas mit meinem C4. Ich habe irgendwas mit meinem C4. Ich habe was. Ja, schade ich. Und noch nichts. Wollte ich noch aufsagen. Wenn wir zusammen in einem Team spielt, dann ist es so ein bisschen easy gegen die Bots. Für mich das ist... Das ist easy. Ich habe null Fragmente erhalten. Weil ich nicht mehr eine EP erhalten habe. Nein, nicht. Was? Ich habe gerade noch Maxi Sieg, XP 500, ansonsten nix. Ja gut, der Sieg ist am meisten EP, die anderen ist 50. Ja, aber trotzdem, nicht mal irgendwas. Es ist, du brauchst es ist. Ja, ne. Ich habe hier keinen einzigen Geist gesehen in der Runde. Und ich habe nur den Ausschlag gehabt, aber sonst keinen Geist gesehen. Ich habe mal auf den C4 rumgelegt. Hat geholfen. Wieder Geist? Äh, ich war jetzt Geist wieder. Du hast Verderber, aber keinen Poltergeist reingeschalten, oder bist du das so jetzt so? Ne, ich hatte vorhin keinen Poltergeist mit. Äh, schieb mich rüber. Was spielst du denn jetzt? Poltergeist oder Verderber? Äh, ich kann ruhig Poltergeist machen, das ist kein Problem. Ähm, ich kann Poltergeist oder Phantom. Wir hatten nur vorhin zwei Poltergeister, äh, drei Poltergeister mit, deswegen hatte ich gesagt, gut, dann gehe ich mich doch Verderben. Lass uns unsere beiden Poltergeister ausschalten, wir wollen ja nichts erobern. Ich wollte ja vorhin nochmal wechseln, nicht mehr. Doppelgänger würde ich mal ausprobieren. Hast du schon im Tade im Tade? Was bin ich? Schön im Spielen? Jetzt, ja, hinter dir. Einen Wunsch, wo du hin willst? Das klingt gut. Die, die Schweine hier oben machen ziemlich viel Schaden. Ist das überhaupt die Map? Ne, hier waren keine Schweine. Ne, das ist eine andere Map. Das ist doch die. Mal gucken, was wir schweben lassen. Damit wir das Spielzeug hier ein bisschen was. Das ist die Frage, wo wir uns auch rein verstecken, ne? Würfel quasi. Was schweben lassen kannst du ja schon mal zwischendurch. Ja, du kannst ja auch schon was. Oh, hier unten ist ein Ball. Was bist denn du für eine Vigur? Genau, nur um so ein Halt mäßig. Zwei, zwei ist nicht hier drin. Macht schon ganz schön Schaden, ne? Viertel, immer ein Viertel zieht es ab. So, so wird beschossen. Wir müssen wieder blicken. Ja, ich bin gerade zwischen den Leuten. Hast du scharf gesagt? Ne, die holen gerade. Die holen gerade. So, das ist aber eine Waffe, die der hat. Ich habe auch schon, ne? Hm. Hast du einen Süd-Eleven-Gene, ne? Ich habe ihn abgelenkt, ne? Ja. Da habe ich jemanden gefunden. Ach, du läufst ja jetzt Fake rum oder was? Ja. Was hast du geschockt? Warum schießt der denn nicht auf mich? Ist der, der Weihnachtsmann? Guck mal den Weihnachtsmann. Was bist du denn du für Dreck? Hast du den Weihnachtsmann angenommen oder was? Ja. Ne, aber nicht der hier. Du bist der andere Weihnachtsmann. Du bist da oben. Ich bin hier unten beim Weihnachtsmann im Haupteingang. Ich kann die fangen? Guck dir das, Mann. Ich habe den jetzt. Das ist böse, aber. Ja. Mann. Siehst du nicht, ne? Ja, geil. Hahaha. Ich kann die einfach packen und weglaufen damit. Schade. Aber das ist übelst geil im Team mit dem Weihnachtsmann. Ich bin Armour. Ich bin Armour. Ich renne als Bumme richtig rum. Das ist so geil. Ja, du kannst da erschießen. Ich würde auch mit der Fähigkeit kommen. Nee, nee. Nee, nee. Äh. Doch. Ich kann. Kannst du in den Feld schießen? Achso, als Armour. Ich hab kein Leben mehr. Ich hab kein Leben mehr. Ich hab kein Leben mehr. Hier war eine Heilkugel hier vorne. Kannst du mal pingen? Ja. Wie pingt man eigentlich? Vermittler, Mauslasser. Äh, genau die, wo ich stehe. Genau wo ich stehe ist eine Heilkugel. Hier oben. Das ist geil. Kann die in der... Jawohl. Wenn ich verkleidet bin, kann ich die, äh, kloppen. Trotz dahin. Jetzt belebt er den wieder. Oh, nee. Jetzt hat er den wiederbelebt. Ihr müsst die auch... ...auffressen. Da rennt der Armour rum. Ich find den Armour so cool. Nein. Ich finde, der Weihnachtsmann ist leider kaputt gegangen. Vorne ist noch einer. Waaaaa. Wo ist noch einer? Der vorne hat den Gang. Was hier? Da ist eigentlich noch einer. Da bin ich nicht mehr. Was? Ich kann mir jemanden mehr in den Auge retten. Hui. Scheiße. Dieser Armour ist so geil. Hier, wo jetzt kannst du hier dann... Ach, schade. Wenn die alleine sind, kannst du da einfach einen snacken. Kann die Seele nicht verzerren. Ja, wir sind ja im Anker-Modus. Ja, ist so geil, der Weihnachtsmann ist irgendeine Scheiße. Das ist so geil. Da haben wir schon gewonnen. Nice. Ja, das ist so geil. Ich fand das immer auch geil, mit dem kleben Armour die ganze Zeit rumzurennen. Das hatte was. Das war irgendwie nice. Das macht Spaß dann. Ich dachte halt nur so eine Puppe, die da rumrutscht. Ich möchte dir, es ist geil, sich zu verkleiden. Was? Es ist relativ geil, sich zu verkleiden. Du kannst einfach hinter denen herrennen, wenn sie einzeln sind, zusammenhauen, fertig. Weil ich schon immer die Kleidung, wenn du zuschlägst. Hm. Wenn du so ein Ritterfigur hast, hast du ein Schwert, das macht doch Ultraschaden. Hm. Ja gut, aber du bist doch wahrscheinlich recht langsam. Ja, aber langsam, aber viel Schaden. Hm. Deswegen musst du da, alleine hast du keine Chance. Du musst aber dann halt mit mehreren spielen. Was wollen wir spielen? Entscheide. Wie der Jäger? Wir wechseln mal ab, oder? Ja, komm, wir machen Jäger. Ja, komm. Oh, ich muss dann wieder wechseln wahrscheinlich. Jäger. Wie ich jetzt mittlerweile gewinnt. So. Die Waffe Projekt X kann ich nur empfehlen. Ziemlich viel Schaden. Nicht im Frostbid mit. Zum Frieren. Hm. Ah, verdammt. Ah, verdammt. Respekt. Rrrr. Rrrr. Und das? Warum was hier schon? Nimm hier. Nimm hier. Ah, Geist. Hier. Das ist los. Wer hat die Fliege da. Was? Ich weiß. Hier ist auf jeden Fall was hier. Auf jeden Fall hat er was. Ziemlich. mittlerer ausschlag du sollst doch schlafen dankeschön für das geschenkte abonnement du sollst aber schlafen und keine abos raushauen wer war denn der eingangshalle ein geist beetlejuice tv hat er es bekommen fragmente aufsaugen hat jemand was zum aufsaugen dabei irgendwo hier ist noch ein geist im vorraum ich schütze mal in dem bereich dass hier keiner herkommt und wiederbeleben herzlich willkommen vor einer unterstrich aber aber du wolltest ja ich weiß aber ist doch nicht notwendig man wie so viele sind hier ständig die geister ich will hier grau nix ja gut den habe ich vorhin schon gejagt ja dann noch mal viel ich komme ich komme ich komme wird alles zerlegt guter punkt höre die kälte der wasser schießt einfach nur so ich hab irgendwann mal der ausschlag gehabt ich fehl aber... ist irgendwo was über uns also über uns hatte ich auch was am ausschlag hier muss irgendwo was sein ja ich hab hier auch vollen ausschlag, hier ich fehl ja noch zwei geister ok noch einer oh sauka kommen ein samuel muss ein ähm weil er nirgendwo weiter ausschlag ne irgendwie weiß nicht wo er sich noch 20 sek notfalls liegen dann war bei dampf hinten bestimmt im vorraum muss er irgendwo sein klein anfangen das kann sein hier ist gar nix nicht 10 sek er sich versteckt hat ich hab mal die rüttelrüstung zerstört da rennt ein sorry alter rum bei euch der ist ein was stimmt das ist ein zweier das war nicht ich ja deswegen das hab ich nichts gesehen ich hab mich zweimal geschlafen ja der bist tot sonst haben wir mich wiederbeleben ne der tot ist zum tot so wer ist noch da ne wir bräuchten defi mark und sorry alter defi hatte ich dabei ich bin immer so leichter boah aber das klappt ok noch einer ist und der ist bei uns von leichen ich hab nur zwei leben wird wohl nur ein leichen sein ach ne Paul ist bei dir der Paul ist bei dir guck mal was der Mark macht guck uns das mal an ich hab versucht irgendwo hier hinten war doch ein mini pack ja da hinten auch links auf der so treten irgendwo lag der auch ahja ach schon jetzt wo ist der arsch der wird schön gesiegt der Mark der 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 beschützt wahrscheinlich eher den genie der hat mehr so den auftrag genie zu beschützen also für ein genie der der generator der da unten steht wo wir gespawnt sind da wo wir unsere wachen wechseln können den können die geister zerstören komm her komm her da ist auch hier da ist es bei ihm naja Mark liegt down 1 gegen 1 hau dich her hinter dir jawoll aha genau Georg na macht's doch le ich frage mich warum man nie seine pose nimmt die man eingestellt hat aber ok das frage ich mich auch ok 5 geister aufgesaugt also ich würde jetzt sonst sagen machen wir noch eine runde geist und dann irgendwie was anderes wäre ich jedenfalls dafür mal bitte was anderes zu machen ja ich werde trotzdem nach der runde wahrscheinlich dann auch raus hm ok ne das ist kein problem der ist es ja deswegen machen wir noch die runde und dann überlegen Patrick und ich das war's was wir noch schönes machen ne du musst es schon ok ich weiß gerade warum du das zuschrank gezeigt war so was machen wir ein schönes doppelgänger und gehst und als ich sterbe wieder gesund nicht mal wieder poltergeist du machst diesmal phantom der nirg du mach ruhig alles gut alles in ordnung krass ich bin telekinesen hinten stand doch eine retterreis sagen jawohl alles langsam die laufen beim theater rum kann es sein da hinten reinkommen steht neuerrüstung nebendrohn dem eingang ja genau da unten ist das rein komm lauf hinter den wagen komm lauf hinter den wagen schießt da nicht sinnlos irgendwo hin mit dem los oh sorry alter angekommen du solltest abholen ja wohl ich hab dennoch schlagen ich bin nicht links ist es ja wir haben viel gefehlt aber mit dem mit dem telekinese hier das ist ja übelst böse so hm wo sind die geistern da ist einer da genau da ja fast wir können die mal hinter den wagen schieben dann kann man den wagen so schön auslösen jetzt werde ich mal sehen was passiert wenn die hier rein rammen wie schaden die da kriegen aua 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 petry kannst du mit ner fetten salzwinde mit ner fetten salzwinde und was st hat mich gesehen also ich habe grad da am arm ja warte kurz jetzt Alter Alter machen die schaden, ey what the fuck man Ja mit der Rüstung bist du auch extrem langsam Ja ich war da mal so frei So ein haben wir schon gekriegt Dann kriegst du das bitte nicht ab Versuch's Jawoll Gehen Geh die immer weiter an, geh aus Ich stand direkt neben ihm und hab seine Seele verzerrt Der normale Bot der auch mit rote Motorradkleidung hat kaum noch Leben Ja ja der ist gerade hier die Josefine Ja ich stell, äh Jakob hast du Stell grad fest wenn ich bei denen äh mich als die vergleitze Ich auch im Leben Du machst halt als geist in der Ach du machst aber irgendwann schauen ok Warte ich stell mich daneben und dann kriege ich ihn verzerren So wo ist der letzte Ich hab keine Ahnung Ja wir können gleich geistern Mein Generator, versucht abzuhauen Der kann nicht abhauen Jawoll, muss ich glauben Sehr schön, dann haben wir auch die letzte Runde gemacht Ja Ich hab eigentlich auch eine Pose Aber irgendwann macht er nix hier Ne der macht irgendwie nix Obwohl ich eingestellt habe Der soll eine Pose machen Na fein Ja 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 Ja